Egal, ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um. So. Ich gucke mal, ohne Safe-Set immer ein bisschen hier um. Wenn ich nichts finde, einfach wieder zu verladen. Oh, was ist denn da links noch mal? Da wieder war nur der Teil. Ah, gucken wir uns trotzdem mal weiter hinten um. Naja. Vielleicht kann ich irgendwann am Anfang weiter mit einem großen Schlüssel. Ja! Da! Natürlich, ich bin ein Idiot. Toll. Ich habe die große Truhe da hinten ganz vergessen. Gut, dann wollen wir halt dann noch mal hin. Und schauen, was in dieser Truhe auf uns lauert. So, dann mal gehen. Nein, so nicht. Was? So eine Reichweite hast du, du Penner. So, dann mal gehen wir mal weiter. Und das noch mal. So, dann sehen wir das. 地坑 Da muss ich grad nicht... Da muss ein bisschen Schlüssel drin sein, um damit ich weiterkomme. Na gut, ich werde von da aus dann trotzdem noch ein bisschen noch weiter zurück gehen. Vielleicht finde ich ja noch was. So was noch mal wieder in den Scherzraum. Wo ich wahrscheinlich gleich niemal sterben werde... Phew, Phew, Phew... Holy shit! Nein! Komm! Daten..... Dort schon eine Schwertspitze geleckt. Das klingt geil, so. Brum, 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 brum. No. Mann. Ich glaube, mit genauso viel Herzen hier drin wie vorher. Obwohl, ne, ich glaube, ich hatte vorher 5,5 Herzen und nicht 4,5. So. Los. Was ist das? Oh. Stecktes Schwert. Geil. Weiter nach hinten. Hey. Wir haben es geöffnet. Wir sehen, ist hier noch was. Ne, da war nur der Eingang. Also nach rechts noch was. Oh. Oh. Au. Ich spreche noch nicht. Ich gucke nicht erstmal noch rum. Wow. Ne, hier war auch noch die Truhe. Glück, hier ist nichts mehr. Endlich mal ein stärkeres Schwert. Ich gucke mich nicht. Ich gucke mich nicht. Oh, wie schön stark ich jetzt bin. Oh Gott. Ja. Und dann nicht hier nochmal. Und dann geht's noch da. Und dann geht's noch rechts. Und dann geht's noch hier runter. Aber den Schlüssel da unten habe ich schon. Und dann geht's noch mal. Das klingt mir nichts. Lande ich hier? Ne, da lande ich auch noch mal. Ne, das bringt auch nichts. Äh. Gut. Dann fallen wir doch mal da hinten nochmal runter. Ich bin gerade so mächtig. Einfach mächtig. Und dann sperrt. Und trotzdem bringt mich das neue Schwert auch nicht weiter. Ich denke schon mal alle besiegt. Mit Sicherheit. Was? Wie stark bin ich geworden? Ich gucke mal, hab ich was geöffnet. Ich finde ich in diesem Raum nichts. Irgendwas habe ich hier getan. Plus was? Hm. Gut, trage. Ach, Mann. Oh, oh, oh. Du würdest mich nicht um... Ich habe ein mächtiges Schwert. Nein. Nein. Ich will das nicht. Ich darf mich nicht mehr machen. Nein. Oh, don't kill me. Wow, 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 wow. Ey, ich hau nicht wieder ab. Ich möchte mich töten. Jetzt kann ich dich so leicht töten. Wow. Mal sehen, wie viel es jetzt für eine Würbelattacke hat. Gar nichts, wenn ich mich nicht treffe. Zu viel, wenn ich so dumm bin, nicht auszureichen. Okay. Wow. One hit, wenn ich mich voll erwische. Ja. Ich hab viel zu wenig Herzen, Brüder. Ah. Herzen. Was? Natürlich hat mich eine Kugel von dem Vieh, die gerade mal eben zurückkam, erwischt und getötet. Das kommt auch mal schnell weg. Gut, gehen wir mal weiter. Fee, 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 fee. Ab diesmal falle ich zu mir. Komm her. Ja. Gut. Hallo. Treffen. Das war heute nicht auch der Tagesordnung gewesen. Ich hab mich einfach nur mit dem Schwer, den sie reinlaufen müssen, um sie zu töten. So, hier war nichts, ne? Nö, genau nichts. Wow. Ist ja gut. Oh, komm. Mann. Was haben wir hier noch? Naja, wir müssen hier erst spawnen. Oh, ich mag diese Sprung in die Skelette, echt nicht. Die sind doof. Jetzt sind wir bei dem Heinz noch mal. Ne, aber auch nichts. Ähm. Gibt's da. Gibt's da. Fucket nämlich nicht. Hm. jetzt noch zwei vier schläge um mein gott übermächtig bin ich denn geworden viel zu übermächtig mit einem schlag tot ja auch schon tausendmal ist nichts mehr die anderen 30 millionen mal auf stelle 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 ist nein So, irgendwas muss hiervon noch versteckt sein, was ich übersehen habe. Au! In letzter Rüstung war aber nicht schlecht. Komm her. Ich bin zu stark, zu stark, zu stark, zu stark, zu stark. Hat der jetzt hergebraucht? Kann man wieder ein Schwert springen? Nee. Bäm. Ich fand hier nicht irgendwo noch ein fliegender Kopf. Ah. Hm. Hm. Ja. Ne? Hm. Keine Ahnung. Ich schau mal eben nach. Bis gleich. Ciao.